10 Kilo leichter, Stefan Raab hat für Comeback abgespeckt Am Samstag trat endlich das ein, worauf viele Fans bereits sehnsüchtig gewartet haben, Stefan Raab, 57, feierte sein TV-Comeback und legte dafür eine ereignisreiche Show hin. Auf seine Rückkehr bereitete sich der Moderator ordentlich vor und ließ die Pfunde purzeln. Wie Stefan es geschafft hat, ganze 10 Kilogramm von seiner Killerplauze zu verlieren, verrät er im Interview mit RTL, ich habe tatsächlich die letzten 5 Monate einfach hart trainiert. Und zwar ohne professionelle Hilfe, zumindest 4 Monate lang, 3-4 Wochen vor dem Boxkampf gegen Regina Halmich, 47, habe er dann bewusst Training in Anspruch genommen. Dennoch räumt er ein, die 10 Kilo hat er nicht nur durch seine sportliche Betätigung verloren. Es war tatsächlich nur Disziplin. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich habe nur Hähnchen und Salat gegessen und Wasser getrunken und Übungen gemacht, erklärt Stefan. Stefan erzählt auch, dass er sich sein Equipment für einen erfolgreichen Boxkampf eigenständig zusammengesucht habe. Demnach habe er tatsächlich ganz alleine an einem 45 Kilo Boxsack trainiert. Den habe ich beim Boxsportbedarf gekauft und daran habe ich tatsächlich trainiert, stellt der 57-Jährige klar. Im Duell gegen Regina hat seine Vorbereitung aber offensichtlich nicht ausgereicht. Die einstige Boxweltmeisterin besiegte ihren Gegner mit großem Abstand nach 6 Runden. Die Fans des TV-Totalstars müssen ihr Idol nach dem Boxkampf aber nicht schon wieder missen, denn Stefan kehrt mit einer neuen Show zurück auf die Bildschirme seiner treuen Zuschauer. Nach der Clark Final Fight gab er im Rahmen der Pressekonferenz sogar schon ein paar Details bekannt. Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, wird das neue Format heißen. Das ist sozusagen die erste Entertainment-Quiz-Hybrid-Show der Welt, erklärte Stefan und fügte hinzu. Das ist sozusagen die erste Entertainment-Quiz-Hybrid-Show der Welt. Das ist sozusagen die erste Entertainment-Quiz-Hybrid-Show der Welt. Das ist sozusagen die erste Entertainment-Quiz-Hybrid-Show der Welt.